Black loading screen of death. Schön, dass bei mir der Chat nimmt. Wenn wir Rasputins Kern überlasten, können wir die überschüssige Energie nutzen, um die Walküre zu überladen. Ich glaube, dass wir nur Sog soll ernsthaft schaden können. Und dann beschießt du sie mit allem, was du hast. Sog. Sog. die knopfe sind einfach nur ziemlich behindert ich war ausversehen gemutet der mute knopf und dem mikrofon funktioniert irgendwie so halbwegs hat es eigentlich nicht gestackt wenn wir zwei münzen reingemacht haben also du eine ich eine schmeiß auch mal mit rein ich glaube es war die weiß noch hat es ich bin schon mal mit rein und die 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 Aha. Komm aus deinem Schild hervor. Yes, legendäres Ingrammen. Ich bekomme falsche Daten von diesem Knoten. Ich muss mir das genauer ansehen. Oh nein. Jetzt, da der Inhibitor offline ist, spielt das Neuralnetzwerk verrückt. Ich versuche es zu stabilisieren. Verteidige den Bereich. Ja komm schon. Oh, Baby. Findet ihr jetzt einen Ritter? Geschafft. Das Neuralnetz ist online und bereit. Jetzt zur Inhibitor-Lüftung. Hm. Die Lüftungsstütze sind offen. Das Neuralnetzwerk. 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 Level Up! Was, maximales Level 30? Doch, doch, das ist doch das Power Level. So, jetzt macht ihr wieder was. Yes. Gute Arbeit. Begebt euch zum Kern bevor es kritisch wird. Jetzt wird eine neue Walküre geschmiedet. Hm, hm, hm. So. 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 Ein Tod. Aber die Walküre ist bereit. In Ordnung. Du musst die Walküre in den Kern schleudern und eine komplette Kernschmelze verursachen. Alter. Ich hab ein Wettbewerb. Das ist wirklich ein Wettbewerb. Ach so ungefähr, ich hab dich nicht. Jулиg mich. Ich habe diesen Wettbewerb. Komplette Kernschmelze initiiert. Wer diese Nachricht hören kann, befindet sich zu nah am Kern. Die Walküre pulsiert vor Energie. Das geht über alles hinaus, was meine Sensoren analysieren können. Jo, da gehen wir alle mal rein. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Ich habe noch nie etwas so mächtiges gesehen. Sei vorsichtig. Rockate! 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 Ja, jetzt wär's nicht schlecht gewesen, wär ich da hier Feuertitan gewesen. Immer bringen das hier nicht viel. Wuhu! Aber der macht halt auch kaum Schadensviech. Hm. Oh! Genau. Ich bin aufs Inkommen. Hä? Was ist denn noch da? Ich meine Waffe macht 1000 Zeugen. Wann? Der Reserve Strom wurde aktiviert. Geht zu einem Knoten und lade den Speer auf. Geht zu einem Knoten. Geht zu einem Knoten. Geht zu einem Knoten. Geht zu einem Knoten. Oh. Oh. Yay, er ist da on. lange das haben wir gemeinsam geschafft wir sind jetzt ein team ein gutes und dann die Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Was haben wir getan? Keine Sorge Ist ein Kinderspiel Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Das ist ein Kinderspiel ocar NEW Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Die Brei-Familie Gehen wir ja gleich, wenn der alle Scream weg ist. Jetzt mal nicht, ich glaube, dass der Rasputin eigentlich unser Gegner sein wird in diesem DLC. Ich glaube, dass wir den Rasputin am nächsten Ende kaputt machen müssen. Die Walküre ist im Anflug. Vorsicht da draußen, Hüter. Wir bergen die Garten des Kriegssatelliten.